Mal gucken, ob wir das Rätsel in den nächsten 20 Minuten lösen können. Ich persönlich hoffe es. So, was haben wir das letzte Mal festgestellt? Genau. Alles, was hier drin ist, kriegen wir nicht hier hin, weil es möglich ist. Wenn ich hier drin bin, komme ich hier nicht mehr raus, außer durch das Zeitportal. Aber ich brauche hier eine Fläche, um den Laser zu... Was ist, wenn ich so mache? Ich habe Stutten. Jetzt kann ich doch blauen Nutzen. Boah, ich hasse... Aus der... Ich kriege das durch Raum und Zeit. Und jetzt habe ich einfach zwei Laser. Aber ich kann den zweiten Laser nicht benutzen. Ich brauche hier ein Zeitportal. Brauche ich nicht. Heavy. Ja. Bam. Gib mir einen Block, gib mir einen Block, gib mir einen Block. Okay. Wir haben schon mal Progress gemacht. Das da plus, das da damit... Ich habe keine Ahnung. Damit ich hoch kann. Aus welcher Zeit habe ich jetzt schon wieder was rausgelöscht? Achso. Der steht in der Zukunft eben. Aber ich kann mir den aus der Zukunft erholen. Ganz easy. Wo? Kann ich nicht. Na, wir gucken uns das an. Wir nehmen jetzt den aus der Vergangenheit hier raus. Weil der steht hier genau im Weg. Ich muss hier das Portal nochmal neu hinschießen. Weil, wenn ich in der Vergangenheit was da muss... Das macht irgendwie auf irgendeine Weise Sinn. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche das Orangenportal. Wenn ich jetzt blau umsetze, verschwindet. Warte. Ich brauche das so, wie ich will. Ja. Das wird definitiv... Dinger blockieren das. Aber wir sind oben. Brauche hier einen Block. Au. Au. Wie kriege ich hier ein Signal rein? Dann block hoch. Wofür muss ich das hier eigentlich aktivieren? So. Das hier... Kann ich doch noch. Ich habe jetzt hier einfach nur... Das ist der Laser aus der Vergangenheit. Der sich verzehnfacht. Ich frage mich, ob eigentlich irgendeiner von euch versteht, was ich hier denke. Also ein Block ist der Zukunftsblock. Da muss einer hin. Und jetzt habe ich keinen Laser mehr, weil jetzt muss ich überlegen. Den Zukunftsblock muss ich mit nach oben nehmen. Das heißt... Braucht das hier gar nicht? Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Blau. Das macht Sinn. Wir sind... Wir sind... Shortly before the Lösung of the Rätsel. Und jetzt müssen wir... Das... Die Zukunft... Feuern wir hier lang. Und hier in der Vergangenheit sind ja beide Würfel. Dann nehmen wir jetzt doch einfach... Den Würfel. Falsche Timeline. Wir brauchen hier im Late. Genau. Genau. Ja. 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 Wir kommen hoch. Lunch. Lunch. Ich habe das einfach studiert. In meinen Kopf. Vielen Dank, Mister. Mein Kopf tut weh. Jedes Mal nach der Aufnahme denke ich... Jetzt wieder erstmal... Einmal Kopfschmerztabletten rein. Nein. Nein, natürlich nicht. Aber es ist ein sehr anspruchsvolles Spiel. Und bis jetzt habe ich schon jedes Rätsel geschafft, ohne einmal nachgucken zu müssen. Das ist eine Ehre. Das freut mich, ja. Ist ja nicht alle Tage, dass man das Game durchspielt. Ja. Hält dich da lang. We tried many times to open a passage to the future. But this connection, exactly 20 years from now, is the only one stable enough to last longer than a few microseconds. Jetzt bleibt mein Portal nur noch... Ne, mein Portal bleibt lang. Wohin feuerst du mich? Ja, hier muss ich durch die Zeit. Dann, ne. Stop. Dann muss ich... Das ist doch gar nicht so schwer. Dann muss ich hier durch... Hier durch die Zeit oder... Ich kann da kein Zeitportal. Ich komme hier nicht rein. Ah, ich verstehe. Ne, doch. Ich komme hier. Hä? Ganz easy. Nein, was? Betrug. Das ist unfair. Och. Jetzt muss ich auch noch mit Denken arbeiten. Wie feuer ich mich denn da? Gehen wir ins jetzt. Ich dachte, es sei einfach. Ich habe nichts. Wenn ich das... Wenn ich das... Okay, ich verstehe. Wir lupen uns hier nur. Wir müssen also irgendwie noch mehr Geschwindigkeit rausholen, um uns da oben lang feuern zu können. Aber das ist ja gar kein Problem. Weil in der Vergangenheit ist ja... Oh, ich kriege Kopfschmerzen. Das Glas hier oben weg. Das heißt... Wenn wir mit genügend... Irgendwo herkommen... Können wir uns da rausfüllen. Das würde... Aber doch. Ja, klar. Hier kommt so ein... Ich muss erst hier hochkommen. Wie komme ich am besten hier hoch? Weil... Wenn ich dann mich hier durchfüllen lasse... Komm, ich bin Fullspeed da ankommen, da rausgeschossen und da. Jetzt muss ich aber noch irgendwie in die Vergangenheit kommen. In der Vergangenheit... Kann ich das Portal nicht hier hin. Wenn das die Lösung ist, ist das langweilig. Ne, irgendwas habe ich falsch gemacht. Achso, weil in der Zukunft jetzt das Portal anders ist. Na klar. Da muss Orange hin. Ich kann auch in der Zukunft Portale anders setzen, als in der... Ist das jetzt so einfach gewesen? Hä, das wäre ja voll langweilig. Hä, wie lame. Oder ich habe gerade einfach... Ich glaube, ich habe gerade einfach alles in meinem Kopf. Ich bin mir unsicher, ob ich die... Äh, nee. Andere Lösung. Lösch mal nochmal mein Portal. Zeitportal. Aber wie komme ich denn da rü- Aber wie komme ich denn da rü- Witzig. Ja, kaputt. Gibt das so? Da hin oder nicht? Nee. Ich weiß halt nicht, wo wir hin müssen. Oh, ich weiß, was ich machen muss. Da. Bam. Tag, warte. Haben wir es? Ja, lol. Auf der falschen Seite wieder. Ich weiß aber nicht genau, was von... Schon klar, dass wir da rüber müssen. Ich kann aber keine Zeitportale setzen. Das heißt, wir können nicht in die Vergangen... ...in die normale Zeit reisen, um das Dings zu machen. Da drüben sieht es noch ein bisschen sass aus. Ja, das war ein Problem. Ja, warte mal. Hier kommt man überall hin. Wie cool. Hier geht es weiter? Lol. Doch, ich dachte, das sah ein bisschen weird aus, weil das war so offen. Jetzt können wir Zeitportale wieder schießen. Nee, können wir nicht. Nee, können wir nicht. Eine Ladesequenz? Nein, auch nicht. Weißt du, dass etwas hier nicht ziemlich blöd ist? Erinnerst du, wenn wir dir sagten, dass die Däkung der Fassilie komplett intensiv war? Es ist so, dass das eine Lüge war. Hier ist eine größere Bildung. Dein Test könnte der wichtigste, der noch gemacht wurde. Okay. Wir sind also für etwas ziemlich Großes, bestimmt. Ja, lol. Hier kommen wir einfach zurück. Aber, 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 da, da. Da. Aber ich kann ja doch... Oh, ich kann ja einfach... Nee, aber... Ich kann hier drin ein Zeitportal setzen. Ah, da bin ich wieder. Schöne Gegenwart. Ich war lange weg, doch jetzt bin ich back. Der Stammbildor lässt grü... Sollte ich mich nicht einfach da lassen. Das hört mich straight up einfach nach oben. Ja, tut es. Aber was bringt mir das? Warum kann ich hier nichts setzen? Doch, kann ich. Das ist bestimmt wieder was, was mit Zeit zu tun hat. Ja, ja, klar. Aber wir brauchen bestimmt ein... Da muss Zeit hin. Ich kann hier keine Zeit setzen. Ich kann mich nicht hier langfeuern. Ich kann hier nirgendwo Zeit setzen. Kratten. Ja, und tot. Ähm. Ich bin an der Ecke hingeblieben. War vielleicht nicht ganz so gut. Aber ich hab, ich hab ne Idee, wie man den Raum lösen könnte. Betonglied auf könnte, ja. Und ich auch kein Zeitpunkt. Bäm. Time. So. Wahnsinnig, wie das... Kann ich den Würfel hier... Ich muss hier rausfliegen. Ich muss den Würfel danach fangen. Bamm! Yes! Okay, 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 okay. Wir haben den Würfel. So. Jetzt müssen wir... Wo müssen wir? Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Welche Zeitlinie sind wir eigentlich... Wir sind jetzt in der Gegenwart, gell? Ich glaube, wir müssen jetzt wieder... Hier müsste ja jetzt der Cube auch hier... Ja? Hier ist das Kraftfeld aus, ja? That wasn't the deal, man. Ähm, 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 zack, zack, zack. So, wir gehen jetzt hier durch. In der Studie zufolge brauchen wir da drüben den Cube. Das heißt, wir müssen uns hier rausfeuern. Das heißt, irgendwann müssen wir... Das heißt, von oben. Ähm. Das könnte hinhauen. Ich muss hier was setzen. Ich mach mal den Test ohne dich, Würfel. Das war der Fallcheck. Wir brauchen... Da brauchen... Au. Würfel, du musst kurz... Kurz warten. Hä? Fall von... Hier oben runter. Ich muss nach oben fallen und nach oben... Wie feuere ich mich hier mit Geschwindigkeit? I know how! Das funktioniert. Äh. Äh. Kann ich das nicht wegräumen? Oh no. Aber das bringt mir in der Zeit hier gar nichts. In der Zeit kann ich nämlich nichts machen. Die Zeit hier ist total... Ich müsste den Block... Aus der Zukunft... Darüber bringen. Ich kann mir doch hier einfach... einen neuen Würfel spoten. Kann ich nicht, weil ich mich ja nicht... Ha ha! Was ist, wenn ich mich hier einfach rausfeuere von... Ähm... Da muss ein Portal hin. In den Kubus und laufen erstmal darüber. Jetzt... Strategisches Denken. Geht wirklich nur... Das hat sehr viel... Ne. Ähm... Wir müssen... Ne, wir müssen... Wir müssen den Cube... Hier hochbewegen. Wir kriegen den da nicht rein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warte mal, das ist komplett falsch versetzt. Hier kämen wir durch. Aber ich glaube nicht, dass ihr... Dass man da oben... Vergangenheits-Zukunfts-Parte setzen kann. Bei der Raum da drüben. Wir testen's aus. Komm. Wir testen's aus. Wir testen's aus. Wir lassen uns zum Test einfach mal hier durchfeuern. Come on. Was wird schon schief gehen? Außer, dass wir uns alle Knochen brechen können. Also wir brauchen hier ganz sicher einen Block. Das... Das heißt... Der Block hier, den können wir nicht bewegen. Den können wir nicht mit in die Zukunft nehmen. Weil irgendwie ist da die komplette Zeitlinie. E-Rape und dann ist es nicht gut. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten. No. Wo kann ich mich denn lang feuern? Was? Also ich... Das Problem ist, ich hab nur ein Zeitportal. Das heißt, ich kann mit den Zeiten nicht wirklich... Das heißt, so viel wie ich geht's hier. No. Aber irgendwie, so muss das doch. Jetzt. Und die Decke ist... Hey, ich brauch genügend Speed, hier rauszukommen, um mich... Aaaaaaah! Kopf! Warte mal. Lass mich mal ganz kurz gucken, Cubus, was hier unten ist. Hier ist die Lösung. Boah, wär ich ausgerastet. Ähm, wir müssen... Wir müssen nachdenken. Also ich... Das Einzige, wo ich mich feuern könnte, wär hier. Ich darf diesen Würfel nicht bewegen. Ich glaube, er hat... Der Würfel ist bewegt worden. Egal. Also. Wenn wir den Würfel... Irgendwohin. Natürlich. Na klar. Ich kann den hier nicht durchfeuern. Lauf! Müsste der doch auch darüber geflogen sein, oder? Aber der wurde gelöscht, der andere. Wie... Wie mach ich denn das am besten? Der hat sich jetzt gelöscht. Lass ich nicht... Kann ich nicht meine Portal Gun hier drauflegen? Rennen! Rennen! Wird das nicht, dass ich ab hier wieder Zeitportale setzen kann? Aber ich kann hier... Warte mal, was? Zack. Zack nicht. Ich kann in der Gegenwart überall Portale setzen. Ich nehm nochmal den Kubus mit. Oh no, damit hab ich sie... Och man! Ja, dann ist doch voll easy. Oh! Oh! Falsche Zeit. Warte mal. Heißt doch... Das heißt doch... Ich kann jetzt überall Portale setzen. Und nicht nur da drin. Weil ich bin da ja oben. Du musst dir erstmal die Fähigkeit über Zeitreisen freischein, dass du Portale setzen kannst. Bitte, bitte was? Ich muss den hier durch die Zeit... Ne. Doch. Den durch die Zeit feuern. Kommt der an der Stelle wieder raus. Warte mal, ich kann nicht... Soll ich den durch die Zeit feuern? Jetzt hab ich die Zeitfähigkeit und ich weiß trotzdem nicht weiter. Hier bringt's mir nichts. Hier muss... Ich kann doch den Würfel einfach mitnehmen. Warum hab ich da nicht früher dran gedenkt? Wir machen das jetzt noch fertig. Den hier. Der ist ja komplett frei beweglich. Feuer. Kubus. Du machst das. Wir sehen uns in der Zukunft. Wortwörtlich. Betrug. Hallo? Du solltest eigentlich perfekt durch die Zeit reisen. Warum nicht? Reisen wir in die Zukunft? Wir holen uns den wieder. Der Stratege. Hauptsache nicht laufen müssen. Hehe. Ähm. So. Ins hier und jetzt holen. Wir haben den hier und jetzt. Wir machen dieses Rätsel auch fertig. Ist mir egal, wie lange die Folge geht. Dieses Rätsel will ich noch schaffen. So. Den kann ich doch... Kann ich den... Nee, es muss ja so gehen. Oder nicht. Wenn ich ihn hier durch die Zeit feuere, kommt er doch hier raus und müsste eigentlich theoretisch genau darüber fliegen. Das heißt aber auch, dass hier die Feuerkraft zu wenig ist. Okay. Der würde dann hier landen. Wenn ich ihn da vorne schon durch die Zeit schicke. Kommt der hier wieder raus. Okay. So. Doch. Es muss so funktionieren. Gibt keine andere Lösung. Mir fällt keine andere Lösung ein. Der war richtig schlecht drauf. Aber er geht ab. Jetzt geht er nicht durchs Zeitportal. Was ist denn los mit dir, Würfel? Du musst doch da einfach... Irgendwas scheint ich falsch zu machen. Warum? Du musst doch hier nur volle Kanne durchfeuern. Dann kommst du aus der anderen Zeitlinie da wieder raus. Was ist, wenn er aber nicht volle Kanne durchfeuern muss? Wenn er nicht schnell sein muss, sondern nur so halbschnell. Was ist, wenn es reicht, wenn ich den hier... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn ich den... Nee, auf der Strecke kann ich ihn nicht mehr aufhalten. Er kommt so oder so nicht da drüben. Ich muss mitgehen. Ich muss den Würfel tragen. Ich muss einfach den Würfel tragen. Das war die Lösung. Ja, ob ich dem Ding hier trusten soll, weiß ich nicht. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich habe das Ganze Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall totally mega ultra gut. Grätzle sind echt durchdacht und logisch aufgebaut. Das gefällt mir. Nicht so wie bei Portal 2, die einfach irgendwann unlogisch werden. Wir sehen uns. Bis dann. Und ciao, Leute.